Lasst uns doch zusammenspielen! Yay! Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und ich habe wieder zwei Streams anzukündigen. Einmal am Samstag um 21 Uhr, denke ich mal wieder, werden wir Calastelio, den kennt man vielleicht, einer meiner Zuschauer, der sich schon bei vielen Aktionen beteiligt hat, sein Spiel werde ich auf jeden Fall spielen. Am Samstag um 21 Uhr, Insel der Veränderung auf YouTube, werde ich das ganze streamen um 21 Uhr. Wie gesagt, Samstag. Schreibt euch das in den Kalender, das ist der 9. Mai, wenn nichts dazwischen kommt. Und ja, ich bin sehr gespannt auf das Spiel, auf jeden Fall. Und dann habe ich noch einen zweiten Stream anzukündigen, am Sonntag, das wäre dann dementsprechend der 10. Mai. Denke ich mal um 15 Uhr, würde ich nochmal einen Beta-Test machen, einen zweiten Beta-Test von Twitch spielt RPG Maker. Da geht es darum, dass ihr ein RPG Maker Spiel im Chat fernsteuern könnt und das ganze durch Chat-Eingaben. Das ist eigentlich ziemlich witzig. In der Praxis könnt ihr euch das mal in den Clips angucken. Da wurde ein Clip erstellt, gestern. Und Twitch hat fertig gespielt. Clip erstellt von Fail4Ever. Hallo Fail4Ever. Du wirst das hier wahrscheinlich nie sehen, aber ich grüße dich trotzdem. Ja, wir haben auf jeden Fall gemeinsam Castaway gespielt und das würde ich diesen Sonntag auch nochmal machen. Und in dem Clip könnt ihr euch mal angucken oder ich kann ihn auch kurz mal zeigen, wie hier die Chat-Eingaben sind. Und hier sieht man hier Down, Down, Escape, 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 Escape. Hier wurde ganz oft versucht, das Menü zu öffnen. Und wir haben es immer wieder versucht zu schließen, weil jemand das Spiel beenden wollte. Und genau das passiert jetzt auch. Jemand hat es dann tatsächlich geschafft, das Spiel zu beenden. Das habe ich mittlerweile rausgepatcht. Man kann das Spiel nicht mehr beenden. Also das habe ich modifiziert. Aber Luigi Player, der Original-Schöpfer des Spiels, hat das Ganze auch, glaube ich, für mich auch nochmal rausgepatcht. In zukünftigen Versionen wird das dann nicht mehr möglich sein, das Spiel so einfach zu beenden für meinen Stream. Sagen wir es mal so. Also für mich hat er da extra nochmal eine extra Version gemacht. Beziehungsweise eine extra Konfiguration. Ja, also da braucht ihr keine Angst haben, dass jemand das Spiel einfach beendet. Ist auch immer ganz witzig. Wie gesagt, das kann man jetzt hier in dem Clip nicht ganz sehen. Wie gesagt, das Ganze funktioniert dann über Chat-Eingaben. Und Twitch spielt RPG Maker. Mein neuer Twitch-Kanal. Den Link packe ich in die Videobeschreibung. Könnt ihr auf jeden Fall mich da finden am Sonntag. Um, wie gesagt, gegen 15 Uhr, denke ich mal. Und Samstag spielen wir dann Insel der Veränderung. Und das finde ich eigentlich sehr interessant. Das Spiel sieht auf jeden Fall optisch megamäßig aus. Hier alleine schon der Titlescreen. Sehr schöner Stil. Und hier die ganzen Screenshots. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Also rein optisch ist Calastelio also wirklich allererste Sahne. Und damit meine ich nicht ihn persönlich, sondern sein Spiel oder seinen Grafikstil. Also das finde ich wirklich allererste Sahne. Hier auch sein Profilbild sehr, 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 sehr schön gepixelt. Wirklich sehr, sehr, sehr gut. Das werden wir auf jeden Fall mal anspielen. Ich denke mal, durchspielen werde ich es wahrscheinlich nicht, weil ich bin nicht so gut, denke ich mal, dass ich das hinkriege. Aber wir geben unser Bestes. Habe ich es eigentlich schon geliked? Ja, sieht gut aus. Habe ich schon gemacht. Auf jeden Fall könnt ihr euch das Ganze auch runterladen. Link packe ich, wie gesagt, auch in die Videobeschreibung. Wie bei Twitch spielt RPG Maker. Alles in die Videobeschreibung. Das werde ich auf YouTube streamen und nicht auf Twitch. Weil ich das so möchte. Nein, auf YouTube werde ich euch die Spiele schön vorstellen. Und auf Twitch werden wir gemeinsam spielen über den Chat. Falls ihr euch das Ganze nicht vorstellen könnt, wie das mit Twitch funktionieren wird. Wie gesagt, schaltet am besten einfach mal ein kurz am Sonntag. Und versucht euer Glück im Chat. Für alle, die kein Twitch-Profil haben und sich da noch nicht angemeldet haben. Naja, das werdet ihr ja wohl bis Sonntag hinbekommen, denke ich mal. Das ist jetzt nicht so schlimm, sich da anzumelden. Gut. Wie gesagt, Insel der Veränderung. Und nochmal danke an alle, die teilgenommen haben an den letzten beiden Streams. Und ich werde dann diese Woche keinen Live-Workshop machen. Aber nächste Woche dann. Das wäre dann der 16. Logischerweise. Der 16. Da würde ich dann nochmal einen Live-Workshop machen mit euch zusammen. Über ein anderes Thema. Aber das überlege ich mir bis dahin. Ich habe noch ein paar Themen offen. Das überlege ich mir bis dahin, weil dieses Wochenende ist ein bisschen knapp für mich. Und da möchte ich lieber was anderes machen. Mit euch spielen zum Beispiel. Das wird alles ein bisschen knapp. Sonst, ich muss das auch noch ein bisschen vorbereiten und so. Das schaffe ich einfach nicht. Okay. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht zu übel. Ähm, da geht es dann am 16. Weiter. Da geht es dann weiter mit euch und mit mir. Und dann könnt ihr mir wieder Live-Fragen stellen. Zu dem, was ich da zeige. Und ich hoffe, ihr freut euch dann schon. Gut. Ja, warum ich Live-Workshops mache. Übrigens jetzt. Und keine Tutorials. Aber Tutorials werden auch noch kommen. Keine Angst. Ganz einfach. Ich finde das eigentlich ziemlich interessant. Und es hat auch gut funktioniert. Ich lobe alle, die da mitgemacht haben und mitgefragt haben. Jetzt an dieser Stelle nochmal. Ähm, dass ihr dann direkt Live-Fragen stellen könnt. Zu dem, was ich zeige. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Also, ich habe gemerkt, dass ihr auf Ideen kommt und auf Fragen kommt, auf die ich selber gar nicht kommen würde. Und dann im Nachhinein das Video zu ändern, ist halt nicht möglich. Wenn ich es einmal hochgeladen habe, das Tutorial, dann ist es hochgeladen. Ähm, dann kann ich maximal in Textform auf die Kommentare antworten. Oder müsste das ganze Video komplett neu machen. Und so kann ich live auf eure Fragen reagieren. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr nützlich für uns alle. Denke ich mal. Und ich glaube, ihr versteht das dann auch besser. Wenn ich euch das live zeigen kann. Und dann könnt ihr, wie gesagt, immer alles nochmal nachfragen. Und das ist eigentlich, denke ich mal, die beste Option. Also, auf jeden Fall, ähm, Live-Workshop dann erst wieder nächste Woche. Diese Woche nicht. Aber, ja, ihr könnt mir ja in die Kommentare mal schreiben, wie ihr das im Allgemeinen findet, das Konzept mit den Live-Workshops. Und ich hoffe, ihr freut euch auf die Let's Plays. Einmal, wie gesagt, ähm, hier Insel der Veränderung. Und Twitch spielt RPG Maker auf Twitch dann dementsprechend. Gut, ähm, das war's soweit von mir. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ladet euch das Kamera-Plugin runter. Probiert's mal aus. Das gibt's, ähm, hier auch auf der RPG Maker MV-Seite. Und Link ist hier in der Videobeschreibung beim RPG Maker Classroom Kamera-Plugin. Ähm, ladet's euch runter. Guckt euch das Video auf jeden Fall mal an. Falls ihr's noch nicht gemacht habt, aber hier 79 Leute haben's schon angesehen. Ich denke mal, ähm, wir kommen gut voran. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit euch. Dass ihr so gut mitgemacht habt. Auch, wie gesagt, ihr seid auf Ideen gekommen, auf die ich gar nicht gekommen bin. Wie zum Beispiel, ähm, Bilder. Tatsächlich im, auf, also quasi zusätzliche Informationen, die auf der Map nicht zu sehen ist, auf die Fotos mit draufzupacken. Fand ich eigentlich ziemlich cool. Hat mir sehr gefallen. Ähm, da würde ich aber versuchen, vielleicht nochmal in Zukunft mal eine richtig geile Option zu machen für euch. Aber da gucken wir dann mal in Zukunft. Ähm, gut. Das war's jetzt aber wirklich. Tschüssli. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr seid Samstag und Sonntag alle dabei. Und, ähm, ja. Das war's erst mal. Bis zum Wochenende. Tschüss. Hab euch lieb. Knuffi, Knuff. Okay, Spaß beiseite. Tschüss.